Herr Regierungschef Asler, was hatten Sie dazu bewogen, um sich wirklich der Bürger zu stellen, eher eine Rede und Antwort zu geben? Mir ist es darum gegangen, nach dem Jahr Regierigstätigkeit, dass ich einfach gemerkt habe, dass vielfach die Regierung wenig Möglichkeiten hat, zum konkreten mal argumentieren, warum gewisse Entscheidungen gefällt würden. Und wenn man zu einem Anlass kann man einfach mit den Bürgern in Kontakt treten, man kann konkrete Fragen dazu lassen, die die Leute stellen können, wo man Antworten geben kann, man kann Begründungen geben, man kann miteinander diskutieren und das ist genau das, was wir heute brauchen. Man hat es gemerkt, es waren ein paar Fragesteller dabei, die relativ hartnäckig waren, wie unangenehm war es, wenn man mit anderen Medien zu tun hat, da kriegt man einmal die Frage, dann antwortet man es und dann ist schon Ruhe. Da haben Sie sich jetzt wirklich mehrmals der selber Fragesteller stellen müssen. Es ist klar, ich denke, wenn man in Diskussion einsteigt, dann gehört es dazu und für mich hat es passt so. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt, ich habe das Gefühl, dass die Anlass sehr gut gesehen ist. Die Leute haben Spaß gemacht, sind sich in der Diskussion beteiligt und das ist genau das, was ich erwartet und erhofft habe. Wir haben jetzt eine kurze Umfrage gemacht unter den Leuten und die haben positiv erwähnt, dass es keine Politiker-Antworten waren, sondern wirklich vom Mensch Adrian Haase, dass man Klartext gesprochen hat und nicht so schwammig umeinander, war das auch ein Ziel von diesem Anlass? Also wenn man kennt was, dass ich normalerweise Klartext rede, ist mir immer ein Anliegen, möglichst konkret zu sein und nicht um heißes Brei umzureden. Und von dem habe ich genau geglaubt, dass es heute Abend abflegt, dass ich einfach, wenn ich Fragen rüberkomme, versuche ich möglichst konkret, so gut ich es kann, Antwort zu geben. War das jetzt so gesagt der zweite Anlass, also der erste und gleichzeitig der letzte oder könnte es noch weitere Soll-Sprechstunden gehen, öffentliche? Also wir würden jetzt nochmal drüber gehen jetzt an und nochmal ein Resümee ziehen, aber ich persönlich bin jetzt sehr positiv gestimmt, um so ein Anlass wieder einmal zu machen. Für mich ist klar gewesen, es sind wirklich schöne Leute gekommen, rund 70 Personen da gewesen, sie haben sich in aktiver Diskussion beteiligt und von dem her, wenn ich zurückgemeldet rüberkomme, dass es geschätzt worden ist, dann würden wir es sicher nochmal machen. Herr Gürgen, Chef, vielen Dank. Besten Dank.